Mein Name ist Marcel Schocker, ich bin bei der TECNOS FECO AG als Verkaufsdirektor tätig. Wir sind ein globaler Hersteller von Beschichtungssystemen und können heute für praktisch jedes Trägermaterial eine Beschichtung herstellen. Ein von unseren neuesten Produkten ist der UV-LUX PUTTI. Das ist eine UV-trocknende Spachtelmasse, IK. Das heisst, sie ist ohne VOC-Emissionen und kann Astlöcher und sonstige Fehler im Holz füllen und das in pigmentierter oder transparenter Form. Hydro Purmero ist ebenfalls ein sehr neues Produkt in unserem Sortiment. Ein 2K wasserbasierendes Produkt, das den sogenannten Rohholzeffekt auf dem Holz herstellt und auch die Eigenschaft des sogenannten Soft-Hatches, also von der Hattung her, sehr angenehm zu berühren ist. Unsere Kunden profitieren von unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Beschichtungsgeschäft und natürlich vom grossen Know-how von jedem einzelnen Mitarbeiter. Seid das im Minendienst, Anwendungstechnik, aber auch im Verkauf. TECNOS FECO AG – We make the world last longer. Ausführer – Anwendungstechnik, anwendungstechnik, übernämpferenzkörnerInnen und First-Ein-, Als-Ein-, oder? Klappenverstiftverstift, habe ich noch einen Film zum Friseur und dann zur Verfügung. Das war die Zukunft der Karte, anwendungs-Anwendungstechnik,